Wir sind im Level 22, haben 3 Züge und ich fange einfach mal an. Der erste Zug ist offensichtlich, nur trotzdem muss es nicht der erste sein, aber in dem Fall ist es halt. Wir nehmen die gelbe Kiste, ziehen sie einen nach links, der zweite Zug wäre die Metallkiste, einen nach rechts zu ziehen und der dritte Zug ist eigentlich egal, die oder die nach unten. Ich nehme die. Perfekt. Im nächsten Video seht ihr Level 23, bis dahin haut rein.